Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Vitality 2 Deadfire. Ja, wir fahren jetzt nach Stauholz, hoffentlich an dem Sturm vorbei. Er c2 in unsere Richtung, aber wir sind zum Glück schneller. Ja, vorbei wieder an der Düsterwasserlagune, das Vieh kriegen wir nämlich noch nicht tot. Beziehungsweise wahrscheinlich habe ich die falsche Trumpe dafür zusammengestellt. So, am Sturm sind wir vorbei, Stauholz ist fast schon in Sicht. Ja, prinzipiell sind ein paar Trainer, haben die was mit uns? Ja, haben sie. Ja, aber sie sind genauso groß wie wir. Na komm, wenn du dich mit uns anlegen willst, dann machen wir das gleich mal. Oh, 17 Leute hat er an Bord. Er ist Rang 11. Hat er auch eine Dau wie wir. Ha, kann interessant werden. Ja, zieh deine unbefahnte Flanke in der Brise. Kampf aufnehmen. Ja, B-Undo leitet den Befehl weiter und deine Mannschaft wird aktiv. Die Feinbegibt sich nuftwärts und kostet mit vollem Geschwigkeit von Backbord nach Steuerbord. Dein Schiff ist schnell und deine Mannschaft ist besser vorbereitet. Du kannst dir den Vorteil des Windes sichern, noch bevor die Mannschaft von die Nid der Sirene auch nur die Chance hatte, ihn für sich zu beanspruchen. Ja, wir fahren hier ran. Ja, die gegnerische Mannschaft dreht nach Backbord. Äh, Meldung machen. Gucken wir mal. Imperiale Langwaffen haben sie auf der Seite. Während sie Eisendonnerer auf der Seite haben. Also auf Steuerbord Eisendonnerer, auf Backbord haben sie imperiale Langwaffen, die eine höhere Reichweite haben wahrscheinlich. Ja. Während ich Dürrwälder Schnauzen habe. Gut, abbrechen. Wir fahren noch näher ran. Die wenden noch mal. Dann fahren wir noch einmal näher ran, damit wir auch schön in Reichweite sind. Die halten, okay. Wir drehen nach Backbord, damit die Seite zu ihnen gerichtet ist. Die werden feuern, ja. Das war ein ordentlicher Rumpfschaden bei uns, okay. Ja, ich wende immer noch. Ich mach mal Stillstand, weil sie sind jetzt beim Nachladen. Die könnten gleich wieder schießen. Deswegen feuer alle Kanonen. Kettenschuss. Traubenschuss. Zieht auf die Oberdeckse. Kriege Chancen für Beschädigung der Segel. Ja, feuert mal das ab. Gut. Die Mannschaft hasstet auf Deck. Wir müssen wieder warten, bis wir dran sind. Deswegen drehen wir uns wieder zu ihnen. Die stoppen. Okay, wir drehen noch. Jetzt sind die wieder dran. Sie feuern. Ah, okay. Viel zu viel Rumpfschaden. Jetzt haben sie auch noch den Vorteil. Wir müssen näher ran. Jetzt müssen wir entern. Wir haben die Besatzung um eins dezimiert. So, wir kommen näher ran. Wir haben den Vorteil. Das heißt, wir gehen jetzt auf Enterkurs. Aufprall vorbereiten, Verletzungen zu entgehen. Nein, bereit machen zum Enter. Hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht mehr so stark besetzt sind, jetzt wo ich ihnen einen Mann weggeschossen habe. Mal reparieren können wir das locker, was sie uns jetzt da zerschossen haben. Reparaturvorräte haben wir ja noch genug, wenn ich können wir notfalls welche kaufen. Oder finden wir jetzt in Stauholz sogar noch welche. Aber ich möchte nicht, dass mein Schiff aus Versehen sinkt. Und wir nochmal alles von vorne machen müssen. Vorausgesetzt, wir haben irgendwann geladen. Ja, man merkt, sie sind gut besetzt. Wir aber auch. Okay. 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 Okay, die meisten Gegner zerfetzt gerade richtig, ohne dass ich eigentlich viel machen muss. Ja, ich kann gerade auch irgendwie nicht viel machen, weil das Spiel noch ein bisschen arg klingt. Ah, das war's schon. Yay. Okay. Die Mannschaft hat Erfahrung gemacht. Die Mannschaft hat Seemannserfahrung gehalten, hat einen Rang erhalten, Stufe. Hat einen Rang gehalten, hat eine Stufe erhalten. Die Reden hat eine Stufe erhalten. Wir haben gut Beute gemacht, sehr gut Beute gemacht. Wir haben Essen gemacht. Eine Flagge von dem eingeheimst. Außergewöhnliche Pistolen. Und was haben wir auf Seite 2? Der hervorragende Akibuse. Die kriegst du. Niedrige Flügel, weil wir den Impf verschossen haben. Der Stab ist zweihändig, gell? Ja. Schade da drum. So, alles nehmen und fortfahren. Und ja, wie gesagt, den Stauholz können wir uns jetzt langsam reparieren. Reparaturvorräte haben wir ja genug. Wie sieht es bei meinem Schiff jetzt aus mit den Leuten? 2 Navigator, du bist immer noch nur ein 1er Steuermann. Du war auch nur ein 1er Chirurg. Varianischer Rumpfbrecher. 4 Runden Nachladezeit. 10 bis 13 Schaden. Machen wir das mal so. Sonst habe ich ja nichts Großartiges an Kanonen. Nö. Essen trinken sie noch alles ganz okay aus. Ja, die Truppe. Etwas umswitchen. Maya kann mal raus. Palegina kommt rein, weil wir müssen ja noch Paleginas Freund da finden. Wobei... Wir brauchen Maya, oder? Fruchtbare Allianz brauchen wir Tickeo, ja. Die letzte Zuflucht brauchen wir auch Tickeo. Dafür brauchen wir Seraphim für Krummsporn. Ja. Dafür brauchen wir Palegina. Dafür brauchen wir Maya im Krummsporn. Gut, wir nehmen erstmal Palegina mit und lassen das erstmal so. Gucken wir erstmal im Refugium des Hebers. Oh, Minus 12 hat sich Reparaturvorräte. Machen Sie mein Schiff etwa wieder auf Vordermann, während es im Hafen liegt. Das wäre nicht schlecht. Hm, was sagt mein Schiff? Es ist vollständig repariert, aber ich habe zwar ansonsten die Reparaturvorräte verloren. Ja. Für dich hatten wir, glaube ich... Was gibt's Neues, Verzenker? Und dieser klebt ihre Pfeife in die Zehen und grinst. Welche Kopfgeld hast, um ihr zu vergeben? Ja, okay. Sie sagt, versenke erstmal dein jetziges Ziel. Also, welches habe ich denn von ihr? Dann zurück zu meinen anderen Fragen. Ach hier, du musst dir keine Sorgen mehr um Kornum machen. Ich hoffe, die Marine macht dir deshalb keinen Ärger. Diese Typen sind sehr nachtragend. Mit deinem Schulter gezogen schiebt Udina dir einen Beutel Münzen zu 1500 Kupfer. Hey, du bist besser darin, als ich dachte. Bereit für mehr Aufträge und mehr Münzen? Sie zieht an ihrer Pfeife und beugt sich nah zu dir. Welcher Kopfgeld hast du denn? Mein nächstes Ziel ist Kwaru, ein Huaner-Kapitän mit einem schwarzen Zeichen hinter seinem Namen. Für ihn sind die Schiffe der Fremden wie schwimmendes Freiwillen, das nur darauf wartet, harpooniert zu werden. Ich nehme das Kopfgeld. Ah, ja, wusste ich es doch. Sie zwinkert jetzt so. Kwaru segelt mit seiner Junkke Kamat-O-Nagati durch die Ausläufer der Kua-Uri-Kuhu-Inselkette. Es ist sie von Nekataka. Gute Jagdversinker. Schon wieder einer in der Richtung. Okay. Was war mit euch beiden? Ah ja, okay. Ja, das sind zwei Lehrer nur, die brauchen wir nicht. Und hier ist nichts mehr, okay. Königssag. Mal gucken, war da was wichtig ist. Was ist mit dir los? Gehen wir einen heben? Du bezahlst, okay. Und du hast auch nichts zu sagen, oder? Schönen Tag auch. Ach ja, von dir haben wir das Schlösserknacken verbessert. Das war die andere Geschichte. Das war die andere Geschichte. Kabinium und Irwena. Ach ja, das sind die, ihr wisst schon. Okay. Okay.